Hallo und herzlich willkommen zu Spacehaven Alpha 17 der 33. Folge und wir sind das letzte Mal hier in diesem System hier fertig geworden und bewegen uns mal in ein anderes System. Wir haben ein neues Crewmitglied, wir sind mittlerweile elf Leute, das heißt wir brauchen hier oben noch eine Kryostase-Kammer. Und jetzt gucken wir uns mal um, was wir noch hier so haben. Okay, wir haben, wir haben da oben noch ein Schiff, hier unten Ressourcen und da unten noch ein Schiff. Ich glaube, wir nehmen uns mal als erstes dieses Schiff hier vor und da ist ja jetzt, ist ja nichts Wildes. Erst einmal übergehen, einmal schlafen, dass unser Away-Team, ach jetzt haben natürlich, wir haben nicht genug Betten. Es wird Zeit, dass wir mal auch mehr, ähm, mehr Platz hier machen für all so eine Sachen. Ich baue jetzt mal hier vorne den Rumpf etwas weiter aus, da kommen dann mehr Kabinen hin. Und wir machen mal ein bisschen nach vorne. Das hier, so, damn, damn, ist immer noch ein bisschen angeschlagen, das ist, äh, doof. Aber wir haben noch Sirenenwelt, uh, Sirenenwelt, wir sind auf einer, wir haben hier eine Sirenenwelt. Sirenenwelten sind geheimnisvolle Planeten, die eigenartige Signale aussehen, die dieses Signal beeinflusst. Wir sind verstand, können bei betroffenen Besatzungsmitgliedern seltsame Verhaltensweisen vorrufen. Wir hatten ein Sirenenweltereignis. Schönen Tag noch, egal was in diesem Schiff drin ist, wir wollen es nicht haben. Wir hatten Sirenenweltereignisse, ähm, Feindbots entdeckt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, ja, das hier ist ein Roboterschiff und wir haben Sirenenwelten hier. Nö, nö, danke, nö, 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 nö. Dann springen wir mal hier hin, beuten hier diese Rohstoffe aus und, äh, gucken uns das Schiff noch an und dann sind wir hier durch, würde ich fast sagen. So. So, dieses, dieses und dieses und wir haben hier, ähm, Zivilistenschiffe, die wir schon beglückt haben mit all unserem Zeug, das wir ihnen verkauft haben, würde ich fast behaupten. Äh, ja. Ich glaube, da müssen wir keinen Handel mehr mit treiben. So, hier vorne bauen wir Dinge aus, das ist gut. Das heißt, hier müssen wir Wände hinziehen für die Küche. So, äh, so, 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 und, ja, und einmal so und so und so und irgendwo muss hier eine Tür hin. Moment, so, da bin ich wieder. Irgendwo muss hier eine Tür hin, habe ich zuletzt gesagt und das ist sowas von richtig. Äh, ich würde sagen, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hier macht am meisten Sinn, eine Tür hinzumachen, oder? Nein, ja, doch. Wir machen hier mal noch eine Tür hin. Wir haben ja jetzt genug Infrastrukturblöcke. Das ist jetzt, fängt auch an langsam Luxus zu sein. Das ist sehr, sehr schön. Äh, hier machen wir eine Tür hin und eigentlich sollten wir hier mal diese Lampe demontieren und wir machen mal Einrichtungen und machen hier mal ein Bodenlämpchen hin und dann können wir da auch eine Tür hin machen und hier können wir sowas hinbauen wie Kabinen. Ähm, ja, mache ich hier noch ein Kryostase-Dingens hin und dann hier eine Wand zu irgendwelchen, ja, weiß ich nicht. Äh, ja, äh, wie dem auch sei, wir haben hier Sachen einzu und diese Sirenenweltereignisse müssen erstmal besser werden, während wir hier Sachen einsammeln. Mit den Typen haben wir schon gehandelt, denen haben wir ihr Mikrometeoriten-Einschlag kurz bevor steht. Das ist überhaupt gar kein Problem, wir haben ein vernünftiges Schild. So, wir können uns also hier ganz wundervoll, äh, mal den, ähm, dem Ausbauen unseres Schiffes widmen. Fahrzeug vom Mikrometeoriten getroffen, das hat so ein unangenehmes Grabums gegeben. Ist jetzt aber keiner zerstört worden, oder? Nee. Gut. So, kann mal jemand hier die Wand, da wurde noch ein Fahrzeug getroffen, ja. So, ich habe hier eine Wand, die mal, äh, abgebaut werden soll. Ähm, hallo? Ich will Valerie nicht vom Klo holen. Äh, Cemi ist gerade am Pult. Können wir Shannon nicht auswählen? Fertigkeiten bauen? Okay. Die beiden sind am Essen, ja, okay. Äh. Sarai Zani? Auch nicht. Okay, dann, äh, machen wir einfach abbrechen. Irgendwer wird schon, äh, sich mal um, äh, diese Wand irgendwann kümmern, wenn die Zeit reif ist. Eintreffen des Schiffs, nächster Zug, da sind noch mal, äh, Zivilistenschiffe. Gut. Bin ich mir sicher, dass ich mit denen schon gehandelt habe. Die hier zahlen alle schlechte Preise. Ja, ja, den habe ich Gewebe und Biomasse schon verkauft. Noch und nöcher, könnte man sagen. Wir haben Reservestrom, ja, das kennen wir ja schon. Und da haben die anderen Schiffe den Sektor verlassen. Wofür reichen die Ressourcen nicht aus? Schrott eines Hamsters, Flugbord und Sanitätsartikel. Haben wir keine Sanitätsartikel automatisiert? Hier haben wir... Sanitätsartikel haben wir nicht automatisiert, sollten wir machen. Falls wir weniger als fünf Sanitätsartikel haben, stellt Sanitätsartikel her, weil wir können jetzt auch Gewebe herstellen. Und jetzt haben wir hier Schiffe, denen wir noch nicht begegnet sind, wie man an dem großartigen Preis für Biomasse sehen kann. Ähm, ich möchte eigentlich... Ja, ich kaufe mal zwei Sanitätsartikel. Und wie viel Geld haben wir? Wir haben 5.000... Ich kaufe das Energium. Ich möchte... Ich bin so ein bisschen paranoid, was Energium angeht. Ich möchte nicht wieder in die Situation geraten, dass wir kein Energium mehr haben. Dann verkaufen wir hier die Biomasse und hier ein bisschen was von dem Gewebe. Und ihr habt auch Energium. Jawohl, aber ansonsten nichts, was mich interessiert. Ich kaufe auch das Energium und leg da noch ein bisschen Kohle bei. Und schön ist das. Haben wir Reservestrom? Ja, ja. Könnten wir ein bisschen hier Recycler bedienen. Und da vorne ist... Diese Wand soll demontiert werden. Und... Finde ich jemanden, den ich... Ja, ich kann hier jemanden, der Pause macht. Genau. Setze ich hin und... So, und dann kann hier nämlich eine Tür hin. Das mache ich auch nochmal. Wände... Tür... Zack, bumm. Da haben wir eine Bodenlampe. Das ist sehr gut. Haben wir hier... Hä? Da habe ich keine Wand hingesetzt. Interessant. So. Dann machen wir hier vor diese Türen auch Bodenlichter. Da hinten fehlt noch eine Verrichtung von... Ja, das hier der Rumpf weitergebaut. Da. Super. Und dann... Gucken wir mal hier nach... Ähm... Wir sind jetzt auch schon fast fertig. Ich konstruiere jetzt mal hier... Äh... Kabinen, würde ich sagen. Und wir müssen, glaube ich, auch mal... Sauerstoff und so Erzeuger hier vorne auch irgendwo am Start haben. Ich versuche jetzt mal gerade zu gucken. Hier könnten wir noch eine Kryostase-Kammer hinmachen. Und dann eine Wand... Und Kabinen. Ähm... Ja. Also... Anlage... Kryostase-Kammer. So. Dann haben wir hier einen mittleren Gang. Wir könnten hier quasi... Mit den Wänden anfangen. Ja. Da müssen wir einmal Platz lassen quasi. Und dann würde ich nämlich hier Lebenserhaltung... Hier an diese Wand sowas dran setzen. Dass wir hier auch noch Kühlung haben. Und dann... Fangen wir hier mit Wänden an. So, so, so. Und... So. Und so, so, so. Und so. Jetzt haben wir drei Kabinen. Platz für drei Kabinen. Ähm... Super. Und hier irgendwo können wir auch Sauerstofferzeugung in die Mitte reinsetzen. Die muss nicht so an den Rand. Und hier könnten theoretisch auch noch Kryostase-Kammern vor. Und hier kann auch noch was anderes hin. Und, äh... Also hier ist halt jede Menge Platz noch. Da überlege ich mir später, was wir damit machen wollen. Hier kommen Türen vor. Und... Höhlenfenster. So, so und so. Und Einrichtung. Und dann fangen wir jetzt an, hier Betten reinzusetzen. Und dann haben wir hier drei neue Kabinen. Jawohl. Äh... Nachttische. So. Okay, wir haben Handel getrieben. Wir bauen da hinten noch ein paar Erze ab. Und, äh... Wir haben unser Schiff deutlich erweitert. Und noch meckern unsere Sauerstofferzeuger. Und die, doch jetzt gerade erhöhter Sauerstoffbedarf, nicht möglich, bauen wir Sauerstoffgeneratoren. Wir könnten halt hier vorne einen Sauerstoffgenerator noch irgendwie vorklatschen, vor diese Kabine, äh... Oder sowas. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesem entstandenen Raum mache. Also vielleicht ist hier hinten einfach eine gute Gelegenheit, das zu tun. Aber auf jeden Fall finde ich das hier sehr, sehr schick mit den, äh... Kryostase-Kammern. Und hier entstehen dann noch Kabinen. Und ja, wir sind wieder am Reserve-Strom. Wie sieht's denn eigentlich aus mit... Sind wir ein bisschen durch unseren Höhlen-Schrott durch? 304 Höhlen-Schrott. Mittlerweile sind wir... Wir sind schon wieder bei neun... Äh... Bei neun Höhlen-Blöcken. Okay. Ja, das ist, äh... Nicht verkehrt. Ähm... Unsere Blöcke, unsere Stromerzeugungsblöcke erstrecken sich nach da. Hier vorne eine Punktverteidigung wäre halt irgendwann, äh... Auch nochmal noch eine Sache. Die könnte hier vorne irgendwo sitzen. Und zusammen mit einem Stromknoten. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder halt hier irgendwie zentral an dieser Stelle. Und wie... Was brauchen wir denn für einen kleinen Stromknoten? Kleiner Stromknoten kostet einen Energieblock. Wir haben noch genau einen Energieblock. Ja. Und er kann dann hier vorne sitzen. Und... Na, beziehungsweise der kann hier sitzen. Könnte auch hier sitzen. Eins, zwei. Ja. Der kann hier sitzen. So, da bauen wir einen Stromknoten hin. Und wir gucken mal bei Systeme. Eine Punktverteidigung. Und die braucht zwei Energieblöcke und zwei Techblöcke. Und vier Infrastrukturblöcke. Okay. Wir bauen mal... Eins, zwei, drei. Energieblöcke. Und, äh... Ich fühle mich aber besser, wenn wir noch eine dritte Punktverteidigung haben. So. Gegen Feindbots und so weiter und so fort. Und ich hätte irgendwann gerne auch noch einen zweiten Abfangjäger. Aber da brauchen wir auch nochmal ein paar mehr Leute. Hier. Wir haben auf jeden Fall mehr Kabinen. Dass ich immer mal wieder auch unser Team schlafen schicken kann. Ähm... Ist mir eine wichtige Sache. Und wir sind fertig mit allem. Das heißt, wir können die Antriebe starten und... Weiterspringen. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind durch hier. Ah, ne. Da haben wir noch ein... Hier haben wir noch ein Schiff. Das ich auseinandernehmen will. Weil potenziell sitzt hier dann doch noch... ...nen Crewmitglied. Ein neues. Und da sieht es doch danach aus, dass hier... Das würde ich fast sagen, sieht aus nach Aliens. Was für eine schöne Abwechslung. So. Mein Team ist relativ ausgeschlafen. Einmal ins Shuttle einsteigen. Und... Ähm... Wir gehen mal durch dieses Löchlein rein. Und gucken mal, was uns erwartet. Und haben wir Aliens? Oder sind es doch Roboter wieder? Es sind Aliens. Da habe ich doch... Da habe ich doch ein... Ja. Es sind Aliens. Schön. Machen wir mal hier die Tür auf. Genauso die hier. Wunderbar. Dann können wir mal hier reingehen. Da hinten kommen sie nicht so einfach raus. Oh, doch. Da kommen sie raus. Da sind direkt zwei. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Einmal diese Tür öffnen. Einmal diese Tür öffnen. Ich glaube, das ist ein... Äh... Ein Alien-Schiff, wo es zwei Infektionen gibt. Dann bleiben wir noch mal einen Moment hier hinten. Und machen mal diese Tür auf. Und... Diese Tür. Und alle auf diesen fliegenden Windbeutel, bitte. Sehr gut. Und da hängt jemand an der Wand. Ja, das hast du ja so überlegt, ne? Einmal alle auf den schießen. Tja. Und alle mal... Hier... Ein bisschen... Aufräumen, bitte. Sehr gut. Und dann gehen wir hier hinten hin und schießen auf dieses Ding. Und das sollte der letzte sein. Dann fragen wir mal... Hallo, wer bist du denn? Hallo? Du sprichst jetzt mit Androiden-Kollektiv. Äh... Ihrer Bitte um Hilfe nachkommen. Ihre Besatzung auf deinem Schiff als Flüchtlinge aufnehmen. Ähm... Jo, alles klar. Wir nehmen sie als Flüchtlinge auf. Danke. Ja. Als Flüchtlinge haben wir jetzt, äh... Eine Person angenommen. Das ist ganz gut. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Nehmen mal hier die Daten-Loks und, ähm... Credits mit. Und stellen uns mal hier hin. Und da ist, Gott sei Dank, ein Loch im Boden. Das heißt, wir ziehen uns mal nach hier hin zurück. Und schießen von hier aus in diese Ecke zu dem Spawner. Und haben ein bisschen Schießtraining. Sehr schön. Ja, so ein Alien-Schiff ist doch fast wie eine, äh... Eine kleine Wohltat im Vergleich zu den, äh... Zu den ganzen Robotern, mit denen wir es jetzt schon zu tun hatten. Ja, aber schade. Kein neues Crewmitglied. Sondern nur jemand, den wir gerettet... Oder was heißt nur jemand, den wir gerettet haben? Wir haben jemanden gerettet. So, dann gehen wir nochmal hier rüber. Aber ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Und dann haben wir es auch. Hier sitzt da vielleicht noch einer drin. Ne, da sitzt noch... Äh... Gegenstand. Ein Daten-Lok aufgehoben. Okay. Okay, äh... Wir haben anscheinend noch irgendwo... Ein... Ah, Nasi ist natürlich infiziert, ne? Wir haben hier irgendwo noch ein Alien übersehen, fürchte ich. Ja. Okay. Alle abwählen. Sehr gut. Und wir würden bei diesem Schiff einfach mal sagen, bitte wieder alles auseinandernehmen. Und alles, was wir da so drauf haben. Oh, drei Energium. Das ist super. Auch alles einsammeln. Und jetzt kann man sich beim Shuttle auch mal ein bisschen Luft holen. Und, äh... Ja, okay. Da oben in der Schleuse gibt es auch nochmal Luft. Das ist ganz gut. Und jetzt wird hier das Shuttle auseinandergenommen. Und während wir dann quasi das Shuttle auseinandernehmen... Nicht das Shuttle. Das Schiff auseinandernehmen kann ich noch ein... Kann ich noch ein... Äh... Datenlog vorlesen. Das letzte von der Mary Shelley. Das letzte von der Mary Shelley. Ja. Und zwar dreifache Geschwindigkeit. So, mal gucken. Log-Eintrag 5. In eurer eingebildeten Weisheit. Unabhängiges Forschungsschiff. Mary Shelley. Letzter Log-Bucheintrag. Professor Grant Park hier. Chase und Rami starben im Kampf. Seite an Seite. Ich kann auch immer ihre Schreie hören, wenn ich meine Augen schließe. Wir... Äh... Der... Haltekäfig, den wir gebaut hatten, war... Äh... Leider dem Zweck nicht angemessen. Zuerst schien alles in Ordnung zu sein, aber dann... Nun ja. Wir haben letzten Endes das Signal gefunden, dass den Organismus zum Schlüpfen veranlasste. Die Kreatur griff zuerst nicht an, weswegen wir glaubten, sie sei zahm. Nahrung benötigte sie nicht. Und wie bereits vermutet, auch keine Atemluft. Ebenso auch kein Wasser. Also setzten wir unsere Experimente fort, probierten verschiedene Signale aus, machten große Fortschritte bei der Übersetzung der Kontrollsoftware, die von dem Artefakt genutzt wird. Größere Fortschritte in nur einer Stunde, als wir in der ganzen zwei Wochen davor gemacht hatten. Aber dann, als Reaktion auf ein bestimmtes Signal, veränderte es sich. Verwandelte sich in eine Art Kokon und reagierte nicht länger auf Befehle. Dann platzte der Kokon auf. Und aus dem quollen mehrere Dutzend Baby-Kreaturen, die ebenfalls nicht auf das Kontrollsignal reagierten. Und sie waren hungrig und klein genug, um durch die Lüftungsöffnung zu passen. Ich vermute, nur die ausgewachsenen Kreaturen hören auf das Kontrollsignal, aber es ist zu spät, diese Hypothese zu überprüfen. Ich kann das Artefakt ohnehin nicht erreichen. Andersens Leiche blockiert die Tür. Sie klebten ihn an die Tür mit einer Art Harz, das Hart wie Beton abbindet. Und dann legten sie Eier in ihm ab. Hätte ich, hätte ich doch nur. Niemand sollte auf diese Weise sterben müssen. Was Fichtel angeht, ich glaube, dass sie das gleiche auch mit ihm angestellt haben, aber er konnte entkommen. Er schnappte sich das Shuttle und machte sich aus dem Staub. Was denkt er, wie weit er ohne Hyperantrieb kommen wird? Aber fort ist er und er hat uns im Stich gelassen. Wenn ich richtig liege, wird irgendwann aber etwas aus den Eiern in ihm schlüpfen. Falls ihm jemand auflesen sollte, wer weiß, wie weit sich die Dinger ausbreiten werden. Was mich angeht, für mich gibt es keinen drin. Selbst wenn ich die Luft aus diesem Schiff abließe, würde das die Kreaturen nicht einmal wahrnehmen. Und ich habe hier drin nicht genug Verpflegung, um die Sache aussitzen zu können. Aber ich habe eine Pistole. Falls irgendjemand diese Nachricht finden sollte, es tut mir leid. Wir hätten vorsichtiger sein müssen. Es war unsere Absicht, das Wissen der Menschheit zu vergrößern. Stattdessen haben wir nur das menschliche Elend vergrößert. Wenn du herausfindest, woher sie gekommen sind, wirst du vielleicht etwas gegen sie unternehmen können. Ich habe alles, was wir über die Kreaturen herausgefunden haben, alle unsere Daten hochgeladen. Es befindet sich alles auf diesem Tablet. Ich bin davon überzeugt, dass diese Wesen konstruiert wurden und sie reagieren definitiv auf die von dem Artefakt abgegebenen Signale. Alles, was du zu tun hast, ist, sie zu kontrollieren. Hätte ich doch nur das verdammte Artefakt hier bei mir, dann könnte ich... Sie sind dabei, die Tür zu zerhacken. Sie können mich da draußen hören. Ich werde ihnen nicht den Gefallen tun, ihnen lebend in die Klauen zu fallen. Ich bitte dich, benutze das Artefakt, sende das Kontrollsignal und halte sie auf und bitte vergib mir. Ich werde Frieden finden und wenn mein Geist noch weiterlebt und denkt, dann werden es andere Gedanken sein als die, die mir das Leben verbittert haben. Lebt wohl. Ende des Logs. Meine Fresse, wir haben also... Diese Aliens sind also anscheinend genetisch konstruierte Kreaturen, die auf bestimmte Kontrollsignale reagieren. Ich weiß gar nicht, ob wir die Mary Shelley schon gefunden haben, weil ich glaube, ich habe irgendwann in Alpha 14 oder Alpha 15, habe ich tatsächlich das Wrack der Mary Shelley gefunden. Und das ist natürlich hier immer zufällig generiert, die ganze Schose. Ich weiß nicht, ob wir rein zufällig schon über die Mary Shelley drüber gestolpert sind. Das hier wird sie wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ansonsten hätten wir irgendwo ein Artefakt gefunden oder sowas. Ja. Auf jeden Fall ein Flüchtling, der eine Flüchtlingin, die ein bisschen bei uns mithilft, bei der Narsi. Und Narsi scheint auch nicht mehr krank zu sein. Das ist sehr schön. Fühlt sich hoffentlich hier im Bereich für die Flüchtlinge relativ wohl. Es gibt Algen für sie zu essen. Ja. Ach, wir müssen hier noch Dinge abbauen. Neun Kabinen werden auch reichlich genutzt. Und das heißt, wir können hier mal so ein bisschen umbauen. Ja, okay. Wir haben hier zwei Betten drin. Ich glaube, es kann nicht schaden, dass wir hier zwei Bettzimmer vorhalten, weil die Leute da... Ich kann dann immer mal auch meine Leute irgendwie schlafen schicken oder sowas. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Oh, und wir haben den Stromknoten gebaut und die Punktverteidigung. Das heißt, wir haben jetzt drei Punktverteidigungen. Eine auch etwas weiter vorne. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Eine Punktverteidigung würde ich, wenn ich die Maschinen ausgetauscht habe. Da wollte ich mal gucken, wie teuer sind die denn. Da brauchen wir zwei Tech-Blöcke für. Ha, zwei Tech-Blöcke. Tech-Blöcke haben wir jetzt eigentlich. Können wir auch relativ einfach herstellen. Wir haben vier. Können wir hier hinten einfach einen... Ne, können wir nicht. Wir können hier einen abbauen. Demontieren. Oh, wir haben das Schiff auseinandergebaut. Dann bauen wir hier hinten nochmal einen Antrieb ab und setzen hier mal einen Antrieb so hier hin. Und irgendwann können wir die hier auch abbauen. Die hier transportieren 1600. Unser Gewicht ist im Moment 5820. 3 mal 1600 sind also 3200, 4800. Okay, wir brauchen also noch ein viertes von diesen Dingern hier. Und dann können die beiden da weg. Sehr schön. Gut, wir sind ein Stück weiter. Dann bereit machen zum Springen. Ja, am Reservestrom. Wir haben ein bisschen Industrie gemacht, während ich hier Dinge vorgelesen habe und Sachen auf dem Schiff gebaut wurden. Ich glaube, es fluppt jetzt alles ein bisschen besser. Oh, da war ein eintreffendes Schiff, aber ich glaube, mit denen hatten wir schon gehandelt. So, wir haben hier alles gemacht in diesem System. Es geht jetzt, glaube ich, jetzt einfach weiter. Oh, ausweichen. Ausweichen, fehlgeschlagen. Verdammt. Zwei Piraten. Und sowas von direkt wieder, Gott sei Dank, haben wir ein richtiges Schild. Und das hier sind, ja, das sind Piratenschiffe, die kennen wir schon. Die haben ordentlich Wumms hier mit den, mit den kleinen, äh, okay. Die haben hier eine Punktverteidigung und hier haben sie sechs, jeweils sechs Autokanonen. Ich bin so froh, dass wir ein richtiges Schild haben. Äh, unsere Antriebe sind halb aufgeladen und, äh, unser Schild, ja, unser Schild ist jetzt schon weg. Ach, du Scheiße. Boah. Ähm, und ich mache die Industrie aus, dass wir auf jeden Fall genug Saft haben für die Antriebe. Und da haben wir Gott sei Dank nochmal ein bisschen Schild. Was? Nee, 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 nee. Wir machen unsere Antriebe nicht aus, ihr Arschgeigen. So. Ähm. Liegt da irgendjemand ab? Nee, die feuern so derbe auf uns. Äh, oh, wir sind fast runtergeballert. Alter Schwede. Komm schon, komm schon. Ein Antrieb ist da. 154 Hitpoints haben wir noch. Ah, zwei Antriebe sind da. 134. Schüss. Das war... sowas von... knapp. Alter Schwede. Das war zu knapp. Wir haben noch neun Sprünge. Oh, und hier unten sind nochmal Piraten. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Hier in ein System, was unter dem Schutz der Militärallianz steht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Hier oben haben wir noch, dieses Sonnensystem ist ein bekannter Ort für Rega-Alien-Aktivität. Hm. Also, ein Bereich, der unter dem Schutz der Militärallianz steht, klingt erstmal nach einer super Sache, nachdem wir jetzt gerade hier, äh, gewaltig auf den Sack gekriegt haben. Was ist denn hier? Dieses Sonnensystem-Cluster wird von der Sklavenhändler-Gilde kontrolliert. Okay. Äh, ja. Wir möchten da hin. Ich möchte nicht da oben hin, in das Unbeschützte. Ich möchte hier unten hin. Und ich glaube, da sind auch nicht so viele Sonnensystemen. Also, das heißt... Ach, scheiße. Und da sitzen Piraten. Äh, wir warten eine Runde. Wir warten noch eine Runde. Und wir warten noch eine Runde. Und jetzt fliegen die Piraten weg. Sehr gut. Und jetzt machen wir den Sprung hierher. Ja, wir haben für unseren Gast leider keine Kryostase-Kammer. Aber für den Rest von uns haben wir Kryostase-Kammern. Und hier haben wir direkt Schiffe der Militärallianz. Das heißt, wir können aus der Kryostase aufwachen. Und was haben wir? Wir haben 34 Hitpoints. Wir haben nur 34 Hitpoints. Äh, 34 Hitpoints. Das ist alles, was übrig war. Wisst ihr, was wir hier oben hinbauen? Wir bauen hier oben ein zweites... Äh, einen, äh... Einen Rumpfstabilisator hin. Wir haben keine Tech-Blöcke und wir haben keine Energie-Blöcke mehr. Aber, ähm... Ja. Was habt ihr für Missionen? Eine Person gefangen nehmen. Ja, nee. Wisst ihr was? Wir brauchen, äh, Geld. Äh, Biomasse? Nein. Ich kann euch mal Gewebe verkaufen, weil ihr einen guten Preis dafür liefert. Ähm... Und ich hätte gerne ein... Zwei-Energium. Und von euch habt ihr einen guten Preis für Biomasse? Auch nicht. Aber einen guten Preis für Gewebe? Na, so gut ist der Preis nicht, aber... Immerhin nicht schlecht. Und... Will ich was von euch kaufen? Auch ein Energium. Und das war's. Ach du Scheiße und... Oh Gott. Wir brauchen Reparatur. Wir brauchen Tech-Blöcke. Wir müssen... Wir müssen hier alles... Um Gottes Willen, unsere ganze Maschinerie ist kaputt. Wir können keine Tech-Blöcke herstellen. Und was war das hier mal? Das hier war ein Schildgenerator. Okay. Das war der Schildgenerator, den sie kaputt geschossen haben. Und, äh... Die Anlage muss dringend repariert werden. Und wir müssen Tech-Blöcke herstellen. Und wir müssen Energie-Blöcke herstellen. Und, äh... Tech-Blöcke, falls wir weniger als 5... Als 6... Äh... Als 5 haben. So. Falls wir weniger als 5 Tech-Blöcke haben, stell bitte Tech-Blöcke her. Wir müssen Tech- und Energie-Blöcke herstellen. Ach. Und wir brauchen 2 Energie-Blöcke, um das hier wieder aufzufüllen. Na toll. Ja. Und wir stecken mal ein bisschen Biomasse in den Komposter. Und dann wird das auch. Und, äh... Ja. Wir müssen uns erstmal davon erholen. Und ich möchte erstmal wieder meine Hit-Points zurückhaben. Eher springen wir hier aus dem... Oder auf jeden Fall ist das Schild aufgeladen. Meine Fresse. Ja, und ich glaube, äh, das ist jetzt auch ein, ähm, ein guter Punkt, diese Folge zu beenden, würde ich sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Teil der Crew werden wollt. Shannon und Valerie brauchen immer noch Namen. Ähm, ja. Sagt mir in den Kommentaren gerne, wie euch das gefällt mit dem Datenlog vorlesen. Äh, und erweckt den Kanal zu abonnieren. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.